Willkommen zur DVD Endspiele der Weltmeister von Fischer bis Carlsen. Sie basiert auf dem Material der Sharespace Masterclass-Serie, wo ich ja die Endspiel-Rubriken betreut habe. Die Weltmeister haben natürlich die jeweilige Epoche schachlich wesentlich mitgeprägt und allesamt beeindruckende Endspielleistungen abgeliefert, so dass sich ein Studium gerade ihrer spannendsten Endspiele besonders lohnt. Sie hatten verschiedene Stile und einige hatten auch besonders eindrucksvolle Partien zu bestimmten Materialverteilungen, so dass ich das dann zusammengefasst habe und besonders betont habe. Fischer war natürlich ein exzellenter Pragmatiker und besonders in Erinnerung bleiben sicher seine Endspiele mit Turm und Läufer gegen Turm und Springer mit dem Läufer in der Vorhand, wie seine Siege gegen Mark Theimanoff. Hier ist einer davon aus Vancouver 1971, wo er das Kandidaten-Viertelfinale-Jahr 6 zu 0 gewinnen konnte und das ist wirklich beeindruckend, wie er es versteht, hier die Überlegenheit der Langschrittler zur Geltung zu bringen. Daher wird ja sogar vorgeschlagen, den ganzen Endspieltyp Fischer Endspiel zu nennen. Karpov als super starker Reflektor konnte er selbst aus fast nichts einen Sieg zaubern, so ähnlich wie ja auch Magnus Carlsen. Bei Karpov gibt es besonders viele schöne Beispiele zu Turm und Läufer gegen Turm und Läufer mit ungleichfarbigen Läufern, so dass man den ganzen Endspieltyp, wenn man wollte, auch Karpov Endspiel nennen könnte. Darauf gehe ich im Detail ein. Bei Magnus Carlsen wären es gleichfarbige Läufer, wo besonders viele schöne Beispiele im kollektiven Gedächtnis haften geblieben sind. Darauf gehe ich auch im Detail ein. Kasparov und Arnan sind dagegen Aktivspieler, natürlich auch pragmatisch und sehr stark. Sie finden oft geniale taktische Ideen, auch im Spiel, können genau scharf und tief rechnen und bestechen dann durch entsprechende Lösungen konkreter Natur in dieser Richtung. Kramnig dagegen ist wieder ein etwas anderer Spielertyp, der besonders mit strategischer Initiative gut umgehen kann und alleine das Studium seiner Partien wäre eine sehr gute Endspielschule, so dass ich hoffe, dass wir das auf dieser DVD von den Besten gelernt werden kann. Und jeder hat ja sicherlich seinen Favoriten, so dass man das dann alles auch nochmal in Ruhe genießen kann. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß.